Okay, ich brauche diesen Slok, dass der die anderen angreift. Der geht jetzt mit, wenn man ihm sagt, folge mir. Und jetzt greif an. Haha. Jetzt macht er den anderen platt. Zerschieß ich dich. Und jetzt sind wir wieder am Start bei Oddworld New & Tasty. Letztes Mal sind wir wieder nach Rapture Farms zurückgekehrt. Und waren in Zulag 1, haben da schon einige Mudakens wieder gerettet. Und jetzt geht es weiter in Zulag 2. Seid gespannt. Zulag 2, düstere Orte, öd und leer. Wenn doch hier kein Mudokon mehr wäre. Okay, hier erstmal schleichen. Dann übernehme ich dich mal. Oder, Moment, Moment. Erstmal den Schalter drücken. Und jetzt übernehmen. Haha, ich war schneller. Okay, hier ist alles erledigt. Und tschüss, Mann. So, ich bin dann mal weg. Nach oben, bitte. Und hier gibt es jetzt wieder ein paar Zugänge. Ich nehme mal den ersten. Vorsicht, Bewegungsmelder können mystische Energie unterbrechen. Löst du einen aus, kann ich nicht mehr weiterlesen. Ja, dann passiert, dann kommt halt ein Slick oder so. So, ich laufe hier mal durch. Achtung, hier kommt ein Slick. So, den übernehme ich jetzt. Okay. Und tschüss, Mann. Hier ist nichts mehr. Okay, tschüss, Leute. Oh, sorry. Der stand im Weg. Okay, hier ist nichts mehr los. Tolles Graffiti hier. Das haut mich glatt um. Okay, Leute. Kommt mal alle mit. Sorry, Kumpel. Okay, wir müssen weiter. Ich hab die Energie. Ja, manchmal ist es sogar wichtig, die zu retten, damit man die Energie bekommt. Die brauchen wir nämlich jetzt gleich hier oben. Na, erstmal den Schalter drücken. Den müssen wir übrigens immer drücken, damit wir da wieder rauskommen. Also, das ist wie bei den Tempeln, die Steinschlösser. Hier ist es dieser Hebel, der von Rot nach Grün wechselt. Okay. Jetzt zeige ich es euch. Spüre meine Macht. Das war blöd. Sind da jetzt ein paar... Ich hätte mir die Energie da besser aufteilen sollen. Ja, das hilft jetzt ja auch nichts mehr. Also, wie gesagt, ich hätte die Energie besser aufteilen müssen. Man hat ja drei Schübe sozusagen. Und dann hätte ich hier das kaputt machen sollen. Aber habe ich jetzt verpasst. Okay. Und du gehst jetzt auch gleich platt. Es hat sogar geklappt. Das hat sogar geklappt. Also, ich muss jetzt aber weiter. Also, ich muss wieder zurück. Hungrige Slots beißen die Hand und ich kann es nicht lesen, weil das wieder so schnell weg geht. Ab ins Zweite. Hungrige Slots beißen die Hand, die sie füttern. Deshalb sollten sie... Ah, Mann. Deswegen sollte eine Waffe in der Hand sein. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Kann man hier irgendwo hoch... Kann ich den hier übernehmen? Okay. Okay. Ich brauche diesen Slot, dass der die anderen angreift. Der geht jetzt mit, wenn man ihm sagt, folge mir. Und jetzt greif an. Aha. Jetzt macht er den anderen platt. Jetzt erschieße ich dich. Müssen ja alle aus dem Weg geräumt werden. Und ihr auch alle. Okay. Sind alle tot? Und tschüss, Mann. Ach, erstmal den Hebel. Schalter betätigen und weitergehen. Mal zwischenspeichern. So, hier schleichen. Ich brauche mal neue Bomben. Er geht in die andere Richtung. Ich verstecke mich hier. Jetzt müsste ich ihn in die Luft sprengen. Hat doch gut geklappt. So, erstmal hier hochgehen. Kommt mal alle mit. Aber okay. So, ihr könnt hier mal reingehen. Und ich habe wieder die Macht. Okay. Hebel ziehen und gleich abhauen. Weiter kommen jetzt die bösen Slugs. Dass die mich nicht erwischen. Oh je, oh je. Das wird aber knapp. Ah, ihr habt mich nicht gekriegt. Okay. Dann geht es hier weiter. Also. Mit Anlauf. Rüberspringen. Jetzt kommt der Slick. Der explodiert hier. So, du kommst mal mit. Warte. Bleib mal hier in der Mitte stehen. Okay. Ich spring hier drüber. Oh, oh. Beide in die Luft geflogen. So macht man das. Okay, dann hier hoch. Hier rüberspringen. Dann kommt doch mal alle mit. Ah, ich brauche neue Bomben. So, hier den Hebel drücken und dann kommt die da runter. Na, perfekt. Ähm, so, dann. Moment. Wir wollen euch ja nicht alle in die Luft jagen. Wartet hier. Okay. Okay, und jetzt könnt ihr wieder mitkommen. So, alle da rein. Oh. Warte. So geht das nicht. Da ist noch dieses Teil da oben. So, ab hier drücken. Das müsste klappen. Ja, ich werde einige retten, aber nicht alle. Das muss dann noch bei Ausbrecher unter 149 sein. Na, ich werde halt machen auf 140 oder so. Aber dann rette ich keine mehr. Ach, die zwei auch noch. So, ich habe noch mehr Macht. Ich werde zum Super Saiyajin. Nein, Spaß. Ich werde zu Shycroll. Oder wie der heißt. Okay, erstmal hier den Hebel drücken. Jetzt mache ich euch alle platt. Es werde grün. Das ist doch wunderschön. Okay. Zulag 2 wäre dann auch geschafft. Hier geht es zu Zulag 3. Doch viele Motocons sind noch in Gefahr. Und ich kann es wieder nicht lesen. So, dann machen wir gleich mit Zulag 3 weiter. Zulag 3. Mehr Wachen zeigen ihre Waffen. Die Slickhorden vollastig an Gaffen. Okay, da schläft einer. Okay, ich übernehme dich. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Genau. Fass. So geht das, Leute. Ich brauche dich nicht mehr. Tschau. Okay, hier ist auch nichts mehr los. Und tschüss, Mann. So, dann kann ich jetzt hier rein. Schalter drücken. Und weiter gehen. Oh yeah. Das ist hier immer so ein kurzer Bereich. Dann geht es hier nach oben. Dann geht es hier rein. Am besten hier mit dem unteren Anfang. Okay, jetzt bis ganz ans Ende laufen. Wow. Oh, sorry, Leute. Jetzt hat es die beiden erwischt. Okay, ich übernehme den jetzt. Und jetzt gibt es gleich Slicks am laufenden Band. Und tschüss. Geht doch mal an die Falltür hin. Boah, sind die brutal, die... Slicks. Komm her. Der will da nicht reingehen. Hallo, wir haben nicht ewig Zeit. Slick, geh da hin. Jetzt bleibt er wieder stehen. Und tschüss, Mann. Alle guten Dinge sind drei. Komm doch mal her. Ei, ei, ei. So, das war's dann. Okay, ihr bleibt jetzt mal alle da stehen. Dann muss ich da wieder runter und... So, alle da runter. Also hier drücken und laufen. Schneller. Warte, geht ihr beiden da mal hin. Und runter und... Dann kommt mal alle mit. Okay, hier geht's weiter. Ich habe die Macht. Die kann ich hier auch voll ausnutzen. Da sieht man schon, wie die Fleischbrocken vorbeigehen. So. Hier müsste eigentlich ein Slick vorbeikommen. Ja, hier ist er auch schon. Dann übernehme ich den mal. Hebel gedrückt. Okay, der ist schon mal weg. Oh. Okay, wo ist der hin? Hey, war hier nicht noch ein Slick oder habe ich den schon getötet? Ja, das war der Slick. Also. Man muss da immer diesen Befehl geben, dass die sich ducken. Okay, ist hier kein Slick mehr. Na, Randschuss. Okay. Scheint alles freigeräumt zu sein. Dann kommt mal mit, Leute. Ab in die Freiheit, Jungs. Wir haben schon 110 gerettet. Aber es dürfen nicht mehr als 149 sein. So. Schalter ist gedrückt. Und dann geht es wieder zurück. Und dann geht es hier oben weiter. Schnell abhauen. Dass mich der Slick nicht erwischt. So. Erst mal das Ding hier aus dem Weg räumen. Perfekter Wurf. So, Slick. Ich übernehme dich mal. Strom weg machen. Hi, Kumpel. Und Tschüss, Mann. So, dann geht es hier runter. Mit dem Slick. Wir müssen noch einige Slicks aus dem Weg räumen. Hi, Kumpels. Und Tschüss. Das war es dann hier. Und Tschüss. So, jetzt muss ich hier runter. Ja. Schnell abhauen. Schnell abhauen. Hallihallöchen. Hat er mich gesehen? Okay. Jetzt kann ich ihn übernehmen. Willst du mal da reinfallen? Es regnet Fleischbrocken. Okay, Leute. Dann kommt mal alle mit. Okay. Du, da hinten auch. So, alle hier stehen bleiben. Es geht aufwärts. Ups. Ist der eine da runtergefallen? Oh, sorry. Okay. Dann müssen wir noch die drei da holen. So, alle mal da rein. Ah, fast hätte ich den Hebel vergessen. Aber ich muss ja unten auch noch was erledigen. Hier noch alles platt machen. Hier noch alles platt machen. Heftige Explosionen. So, euch befreie ich auch mal. Jetzt haben wir schon 123. Also, bis 140 mache ich. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Okay, jetzt geht's hier runter. Jetzt geht's hier runter. Schalter drücken. Und dann nach oben. Oh, da habe ich jetzt nicht getroffen. Oh. Das war wohl ein Fail. Das machen wir mal nochmal. Okay. 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 So, den müssen wir wegbomben. Okay, jetzt hat's geklappt. Und hier eine Bombe noch hier hinwerfen, damit der Slick auf der rechten Seite wach wird. Okay, gehen wir mal runter. Und tschüss, Mann. So. Der Slick soll jetzt hier reinlaufen. Wäre auch mal toll, wenn beide explodieren würden. Explodiert bloß immer eine. Okay, kommt mal alle mit. Wie viele haben wir denn hier? 123. Ja, das geht noch. Machen wir jetzt mal auf gut Glück. Oder ich lasse euch in die Bombe laufen. Das geht nicht von hier. Ich lasse euch in die Bombe laufen. Sorry. Aber vielleicht hat's ja der ein oder andere geschafft. Ja, drei haben's geschafft. Oder vier haben's geschafft. Vier haben's geschafft. Okay. Vorhin war's 123. Jetzt sind's 127. So, jetzt müssen wir hier nach oben. Und der Schalter. Und noch den Bombenvorrat aufstocken. So, ich muss wieder zurück. So, hier ist alles erledigt. Eine Runde mit diesem Ding hier fahren. Und das ist wunderschön. Oh yeah. Das macht immer so viel Spaß. Also, Leute. Im nächsten Part geht's dann weiter mit Zulag 4. Ja, wenn's euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar oder abonniert mich. Oh yeah. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.